Mein Name ist Murat Pak. Ich bin Zahnarzt, Familienvater, Eishockey-Spieler, Bad Nauheimer. Außerdem bin ich Teil des Ärzte-Teams des EC Bad Nauheims und natürlich auch ein Fan des EC Bad Nauheims. Wollt ihr wirklich noch wissen, wo ich herkomme? Vielfalt rockt! Vielfalt rockt! Vielfalt rockt! Diversity rockt! Diversity rockt! Eine erfolgreiche Mannschaft besteht immer aus unterschiedlichen Charakteren, Talenten und Erfahrungen. Und deshalb freuen wir uns, den multikulturellen Spieltag zu unterstützen. Also kommt am 21.09. um 19.30 Uhr in die Halle. Die Halle wird brennen gegen Dresden. Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Vielen Dank.